Moin Leute und Willkommen zurück zum Let's Play von MbW Band. Wir haben Ja, nach Rivachek Wein geliefert und haben nebenbei ganz viele Banditen gekillt und jetzt ein neues Schwert. Sieht so cool aus. So cool! Jupp. Also jetzt mache ich täglich, äh ja, all zwei Tage neue Parts, weil es reicht. Vollkommen. Und dann kenne ich mich auch immer wieder besser aus mit den Parts. Nach dem langen nicht da sein. Ja, ist schon ein bisschen besser in der Hand, aber nicht so gut wie ich es gedacht habe. Oh, Samurai! Wie sagt man, ähm, der weiße Samurai. Ihr habt unsere Seelen da draussen gerettet, ja, klar. Ja, nehme ich mit. Ähm. Da habe ich noch mal Molucke. Gut. Noch mehr Leute befährt. Ah, wir haben auch ein Level abstimmt. Das habe ich wegen Zeitdruck das letzte Mal nicht mehr gemacht. Ähm. Ja, die grösste Frage ist, wollen wir jetzt noch Intelligenz nehmen? Ne. Wir nehmen Stärke. Ja, Schlagkraft kommen. Und Bogen schießen. Stangenwaffen auch. Prima. Sehr schön. Ja, das nächste Mal ist sich nicht mit Banditen anlegen, gell. Du bekommst auch nicht so schlechte Truppen. Ja, weniger Truppen nach dem Kampf noch. Ja. Schon schwer, wenn man so viele Verluste hat, aber es ist halt halt die KI. Also, ich habe ja mehrmals die Anfrage bekommen, dass ich den Herr der Ringe machen soll. Ich schaue ihn jetzt mal an. Ich habe eben relativ wenig Zeit, deshalb gucke ich ihn mir nicht an. Aber ich gucke ihn mir jetzt an. Ich werde vielleicht mal ein Video davon machen. Wenn nicht, werde ich eventuell mal den Warhammer-Mod ausprobieren. Aber ich finde ihn nicht so betreffend Warhammer. Also, es ist einfach alles umgeändert. Aber er ist gut. Er ist sehr gut. Okay, ein Ort wird besiegt. Bitte macht den Krieg jetzt weg. Ist ja nicht normal. Wir müssen unbedingt jetzt weitermachen in Veluka. Wir haben nicht Zeit, irgendwo hinzugehen. Hm. Wir müssen irgendwie das Dorf auch retten können, wenn wir... Ja, wir müssen auf der Nähe sein. Ja. Keine Ahnung. Wer geht's? Will sich rächen. An Samantische Sudenath. Immer plündern die Leute. Okay. No more. Wer geplantet? Ist geplantet worden. Ja, Olaf ist von minus 3 auf 2. Hm. Wir haben ja gesagt, wir haben ein Buch am Lesen. Ja. Wieso habe ich das letztes Mal nicht weiter gelesen? Also wenn Rodoc wieder Krieg uns erklärt, sind wir immer in Gefahr mit dem Dorf. Also das Dorf ist in Gefahr. Monte war's. Wieso gehst du dorthin? Hm. Habe ich daneben gekriegt? Oh, schon wieder ein Turnier. Nein, danke. Also je nachdem. Ries. Das ist zu weit weg, gell? Das ist zu weit weg, gell? Ja. Ja, und ich habe das Dorf gerettet. Tretian möchte es, ja. Gut. Dann machen wir das mit dem König-Quest und gehen mal kurz zum Ding. Ding. Äh, geht ein Messer. Der hat... Äh, NEIN! Ich will nicht wieder nach Ayadin. Beziehungsweise Riverchek ist das gewesen. Mist. Ich werde so verarscht. Wie viel ist der andere? 54 Tage. Deshalb tue ich da mal Speichern. Car-Riff. Äh, ja. Ach. Riverchek. Verwaltet dieses Dorf nach 25 Tage. Nein, nicht so viel. Das wäre ja extrem. Galwan ist nicht zu sehr. Nooo. Ja, momentan bleib ich die nicht. Hehehe. Wie, ihr könnt euch nicht wehren. Ja, weh, weh, weh. Nords haben Rejadin. Jetzt muss ich wirklich die nach Nords bringen. Hehehe. Hilf mir bitte Tribion. Hier darf niemand durchgehen. Ja, jetzt nehmen wir die Niedrigen, die halt Level Up bekommen. Graft Tradition. Graft Tradition. Hehehe. Also Amask ist wirklich das dort hinten, he? Ja. Aua. Aber den sind höher. Das ist doch mal wichtig. Dann geht's denen besser, he? Ja. Ja, diese reisen immer ab. Das sind die Quests, die müssen wir machen. Das ist so. Wir brauchen mehr Zuversicht. Dass das Dorf uns, äh, die Stadt auch uns schützt irgendwie. Wir müssen natürlich auch dem mehr Reputation schenken, der die Stadt gehört. Ja, dem die Stadt gehört haben. So, Mehrcard. Nichts. So. Ähm. Hier muss ich... Einen Streitler... Schütze. Oh je. Besser, weiß ich. Schauen, Quidd ist von 1 auf 2. Also hat er schon. Cool. Mal diese Quest gehabt. Hahaha. Hahaha. Ah, er hat sie gehabt, Mann. Komm schneller. Greif ihn. Äh, greif ihn. Das ist etwas für mich. Das muss ich haben. Ach süß. Schaut euch diese Pferdchen an. Nicht die Pferdchen töten. Ey, ich treffe irgendwie nur das Pferdchen. Ich will die Pferdchen nie töten, aber das Kampfsystem ist so gemacht scheinbar. Also nur die Pferdchen, oder beide, killt irgendwie. Weil halt einfach der Charakter nicht ausweicht den Pferdchen sozusagen. Er tut die Klinge nicht um das Pferdchen führen. Da hab ich keine Chance. Los, los, los. Killen wir sie. Gut. Prima. Hm. Kegi Tanzenleiter im Gesicht. Selbiger Kegi. Äh, kann er Kegi da. Oh, schön. Ansehen. Moral. Eine Krawanenwoche. Sonst haben wir nichts mehr. Ja, toll. Und das merkt. Möchte ich gerne haben. Hm. Nee. Ich dachte, die haben was. Notwetter. Nee. Wustkal möchte ich jetzt nicht nehmen. Mach ich noch einen Armbrustritz. Okay. Rejadin. Wir belagern. Der Klan, du nervst. Aber ja, da haben wir wieder einen Grund. Irgendwelche Dörfer abzuschlachten. Was die das jetzt einnehmen mussten. Irgendwie sind die Kriege jetzt durchaus sehr unausbalanciert. Oha. Die wollen das sofort selber erobern. Einnehmen. Jetzt bleibst du da. Ist es jetzt... Doch Rejadin. Doch Rejadin. Und die Schenke? Oder wo haben wir das letzte Mal sie hinmachen müssen? Nee. Wesergeldvermittler. Prima. Ja, das Geld haben wir bald wieder. Auch da mal verkaufen. Ist immer alles schlecht. Der größte Schrott. Ja. Okay. Waffenhändler Kriegsschwert veredelt. Das sind halt richtig coole Schwerter, aber nicht so cool wie meins. Ja klar. Versteckt noch. Hm. Gut. Wie kann ich jetzt... Jetzt aber. Jetzt muss ich nichts mehr machen, glaube ich. Gehe trotzdem mal zum Schenkewirt. Äh. Mal in die Burg. Boah. Boah. Sie wird... entschiert. Tja. Dann. Nehmt das mal schön wieder zurück. Gehen wir, äh... Nein, er ist nicht zurück. Was ist denn los? Die Quest nervt. Ah, jetzt. Ich muss sie ansprechen, aber ich kann sie ja nicht ansprechen. Ich kann sie noch ansprechen. Gut. Dankeschön. Ich hab sie noch angesprochen. Ja, jetzt müssen wir nach... Elerta. Und wo ist Europa? Dort vorne. Hm. Ja, wird ein spannender Part. Vor allem, ob wir auch belagert werden, dass das Dorf belagert werden wird. War. K. K. War K. Mal ein bisschen Aufschluss. Reichere, ähm... Ja, Titeln wählen für die... Speicherstände. Gleiche Stände. Ja, wo ist da jemand, hä? Da. 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 Da muss ich noch machen. Das ist nicht normal. Ja, ja. Das ist immer noch der gleiche. Stimmt. Also, wo war das... Ehle da. Ja, ich werde jetzt mal nach Tebert. Mal schauen, ob da ein Weib drin ist. Ne, natürlich nicht. Ja, dann... Dann besiegt ihn da. Besiegt das Dorf alles. Hi. Jetzt habe ich wirklich eine schlechte Konzentration. Muss aufpassen, dass ich mich nirgends reinleite. Ich bin immer am Nachdenken. Immer am Nachdenken. Ja, endlich mal Weiber. Uh... 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 Uhun. 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 Ja, ich wusste, dass sie natürlich da müssen, schon wieder eine Burg angreifen, Nara ist sie übrigens, cool, Nara haben die eingenommen, aber sie nicht, nein, das ist nicht die Stadt, Halma ist die Stadt, genau, die wir eingenommen haben, mit den Sternen, genau, das ist kein okay, Gietenreich. So, da ist niemand, da müssen wir in die Stadt gehen, oder in die Burg, der Glanz. Darf ich die Burg haben? Nein, ich werde mich nicht unterstützen beim, ich werde hier ein bisschen die Übersicht verwalten. Ich werde sowieso noch kurz die Truppen auch ein bisschen ausbilden, ja, Wegfindung eigentlich, aber ich werde jetzt die auch mal ein bisschen, ja, komm, Intelligenz. Aber, ja, man kann hier nichts machen, deshalb mache ich hier, ich mache, Plündern für sie. Und, warte, Plünderung ist Trubfähigkeit, ja, Bogen schießen, hä? Sehr gut, Kleti, du hast immer noch schlechte Ausrüstung, machen wir Pferde hoch. Okay, du brauchst, du bist auch aus Bildung, wir brauchen eben zwei, da müssen wir die eigentlich auch hochstufen. Aber können wir noch nicht. Dann nimmst du Konstrukte auch noch. So, Nord wird dran. Ach, komm. So, gehen wir noch einmal, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen hier umschauen. Ja, komm, wir greifen an. Gut. Krieg. Ähm, wir haben keine Dinge, zwei. Zurück. Wie lange geht das, bis die, kann man die irgendwie befehligen? Ich weiß gar nicht. Ja, eigentlich müssen wir angreifen. Vielleicht wird im Angriff dann das getragen. Es sind leider viele Truppen, also, wird eventuell schwer sein. Ja, genau, sie machen es während des Angriffs. Ja, hätten wir sie lassen sollen. Aber gut, das weiß man ja nicht. Auch wenn man relativ lange nicht gespielt hat. So, merke ich, zu treffen. Dann, wenn man den, äh, wenn man selber nicht trifft, wegen der, ja, wegen dem Kreis. Einer von uns ist getroffen worden. Wir haben keine Milizie, oder? Wir haben doch Chair-Demos, das ist das Wichtigste. Ich gehe gleich nach oben, hey. Ich werde gleich mal schnetzeln. Keine Weizen, Leute. Es kommt hier hoch, genau. Dankeschön, aber eine Frau kann nicht irgendwie wechseln. Mir noch. Scheiße, wir haben viele Verluste von uns. Eventuell. Wie langsam das geht. Es ist vorwärts. Ich hätte ja nicht mitmachen sollen. Ja, eventuell. Dort ist eine von uns, ähm, Schmierer oder so. Vorwärts. Wir haben keine Truppen müssen, das ist alles sicher nicht. Das waren über 100. Oh, Krieg. Das wird immer vorwärts geht. Der kann durchschießen, cool. Jetzt. Los, hopp. Schere muss ich auch hier vorne. Das ist nicht so gut. Ich kann ihm nicht helfen. Ich muss also von hier oben. Also wenn die Köpfe rot werden, sind es meine. Kommt jetzt weiter. Scheiße. Wieso kann man das nicht anders machen? Ey, die Belagerung ist wirklich eingewussel. Ach, mein Gott. Es ist wirklich schlimm. Wieso gehen denn alle die rein? Wenn ich alleine wäre, hätte ich gewonnen. Ey, ist ja Wahnsinn. Ey, das ist die übertrieben. Ey, das ist die übertrieben. Ich werde jetzt die nicht begleiten. Die können diese Burg selber einnehmen. Wenn nachher alles so lange dauert. Ey, Gott. Ach, misst schon wieder der Part. Endlich mache ich jetzt wieder einen längeren Part. Wo es kann wieder ausbilden. Sind selber schuld. Jetzt werden sie halt abgeschlachtet, aber ich gehe nicht mehr rein. Fertig. Ja, jetzt sind sie wieder da. Ich muss wieder beitreten. Ja, wieso gibt es denn jetzt so viel plötzlich hier? Wollen wir uns die letzte Zeit auch mehr, hä? Ich brauche Declan. Nein, ich brauche Graf Declan. Ja. Okay. Greidenworts, Tradeons. Ja, habe ich. Graf Ries. Wer ist noch hier? Rocher Bart. Jetzt sind wir noch ein bisschen böse auf mich. Gut. Oh, das ist der Töre. Okay. Ich will schon, dass ich hier das mache. Und zwar. Nein. Ja, besser unzwert. Aber ich nehme diese nie mehr an. Ich gehe mal ein bisschen in die Seiten. Ja, na okay. Ich bleibe hier. Damit er nicht meint, ich würde ihn verlassen oder so. Okay, es fängt an. Okay, schon fertig. Und jetzt ist es mir überhaupt bei der Dranken folgt. Ah ja, das ist ja einfach das Ende vom Ding. Also können wir hier nochmal ausbilden. Was haben wir gemacht? Konstrukte. Und Bogen schießen. Ein Handwerf. So. Kleti. Machen wir, ähm. Diligenz. Nein, schon. Und. Eine hat ja Ding genommen. Plündern. Dann machst du Plündern. Ja, ja. Mach ich es einfach vertauscht. So. Also, danke schön fürs Schauen dieses Partes. Jetzt ist ja leider zu spät. Im nächsten Part werden wir uns fragen, ob sie es einnehmen hat. Wir machen uns schon Gedanken jetzt und heute darüber. Ja, sie nehmen es ein. Also, im nächsten Part sehen wir es, wie sie einnehmen. Ja. Burg ein. So. Danke schön fürs Schauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.